Haben wir verloren? Nein! Na, egal. Hat trotzdem Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Der Spielmodus, den fand ich sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall. Er hat mir gut gefallen. Ich fand ihn richtig klasse. Danke. Zertifiziert von Bergmann Ork. So. Hey und willkommen. Ich bin Herr Bergmann und wir spielen eine Runde Mindplex Minigames mit Sturmwaffeln und Paluten. Hallo. Hallo. Guten Tag. Alles gut oder was? Ja, in freudiger Erwartung jetzt hier auf Super Paintball. Erzähl mal kurz. Ja, es ist einfach so ein bisschen schießen. Also du musst den Gegner zweimal treffen, damit er richtig tot ist. Nur zur Info. Und du darfst natürlich nicht selber getroffen werden. Wie viel Schuss haben wir? Ich glaube unendlich, soweit ich weiß. Und Waterbomb ist dann so eine Farbgranate, ne? Hoffe ich mal. Ich habe absolut keinen Plan. Ich schieße eigentlich immer nur mit Rechtsklick hier so drauf. Bist du im Nether-Team? Das ist eine gute Frage. Warte mal. Nee. Ja, doch bin ich. Oh nein! Ja, Mann! Das gibt es doch nicht. Alter, mich direkt destroyed, dieser Hund. Aber ich schwöre rachend. Ich mach einfach mal direkt hier die Waterbomb, Alter. Einfach weil es keinen Zeig, Alter. Ups. Bist schon, äh... Nein! Das gibt es doch nicht. Wie blöd bin ich denn? Wieso wird der nicht gepaintet hier, Alter, der Typ? Nein! Wieso wird der nicht gepaintet? Wollen jetzt nicht mehr lieber belebt werden. Warum lebst du wieder? Du wirst doch noch so stummeln. Lebe ich wieder? Ja, du... Oh! Ach, die wurden getroffen dann. Okay, jetzt verstehe ich's. Ach, jetzt wird es mich aber schon wieder tot. Jetzt lebe ich wieder. Oh, ich... Jemand soll mich... Ihr legt mich wieder. Ich glaub, das ist mit den Waterbottles. Ja, ich glaub mit den Waterbottles auch, dass man die mal wieder beleben kann. Okay, okay. Ja, ich hab überlebt, ey. Waterbottles. Trinkt ihr die kurz? Die Runde ist schon längst vorbei, Jungs. Das redet ihr eigentlich noch die ganze Zeit, ey. Ja, wir schaffen das! Komm, komm schnell! Wir waren aber einfach so im Spiel drin, weißt du? Ja, das hat mir auch tierisch gefesselt, auf jeden Fall. Ich hab irgendwie drei... Ich hab meine ganzen Waterbombs irgendwie hab ich einfach auf den Boden geworfen. Kein einziges Mal getroffen, hab drei Schiss abgegeben, war die Runde vorbei. Kein einzigen Gegner gesehen. Geil, ich feier das. Ich feier das. Also es lief bei dir, ne? Es lief total bei mir, ja. Also geradezu grandios. Jetzt kommt jetzt dieses Turf Wars. Was ist Turf Wars? Kann das einer kurz erklären? Also es stellen sich zwei, zwei... Wieder mal zwei, zwei Teams gegenüber. Und man schießt nur mit Pfeilen sich gegenseitig ab. Und dann gibt's so Bauphasen. Ah, das! Diese Blöcke platzieren, eben sich dann ja so eine eigene Basis aufbauen. Und je nachdem, wie gut oder schlecht man ist, verschiebt sich das Spielfeld eben. Okay. Und das weißt du, weil du das tier 24-7 machst, oder was? Ja, das ist auch mein Modus, den hab ich zusammen mit, ähm... Wareide. Hast du's programmiert? Weil Wareide nebenbei Hobby programmiert auf meinem Plex. Ah, okay. Richtig, Küche! Guck mal, hier ist Indiana Jones. Oh, warte mal, hier kann man... Ah, nee, hier kann man nichts Spezielles reden. Oh, Shredder, warte mal, komm ich da schnell hin? Bitte, 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 bitte! Okay, los geht's. Ja, ja, genau. Dann hat mir dein Ultra wieder, ne? Ach, du bist vielleicht sogar. Ne Ultra. Wie die Unterschicht hier. Shredder, Alter. Wie die Unterschicht. Wir geben uns die Hand feierlich. Was seid ihr? Rotes Team? Jemand rotes Team? Ja, ich bin im roten Team. Ja, ich auch. Wir sind doch alle zusammen hier. Verdammt, Bergmann ist auch da. Ach, da hinten. Warte, jetzt müssen wir hier... Aber seh ich auch aus wie der Shredder von den Turtles? Ne, du siehst aus wie du, glaub ich. Oh. Der war mal cool. Da müssen wir uns zubauen hier, ja? Ja, genau. Und die anderen müssen rüberschießen. Genau, also die können auch die Sachen kaputtschießen hier, die Blöcke. Wieso kann ich den nicht schießen hier? Ich hab... Legs, Legs! Also Bauchklasse! Wieso baut der sich da so ganz nach oben? Das versteh ich ja nicht. So. Mal hier ein bisschen absichern. Und wie lange? Bauphase? Steht das irgendwo? Ja, da rechts. Rechts oben. Oh, Alter, ich werd hier, glaub ich, gleich redig gefocust. Oh, oh. Gefocust, Alter. Oh, 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 oh. Hä? Oh Gott, oh Gott, das hab ich jetzt erst gesehen. Ach, es geht doch gar nicht los. Alle Leute, was passiert hier? Ja, komm, das ist ja. Was passiert? Ich bin tot, oder was? Geil. Geil. Aber auch nur, weil ich irgendwie die Zeit nicht redete. Wo ist ein Verlierer überhaupt hier? Ey, was ist los? Ach. Was mich immer... Alter, krass. Hey, den hatte ich doch gehittet. Warum konnte der blaue denn einfach auf unser Dings laufen? Konnte man nicht auf das andere Grundstück nicht drauf? Ähm, ne, es gibt eben welche, die haben... Das sind so Nahkämpfer. Oh Gott. Ich brauch ein E.O. Und der hat einfach beides. Oh, oh, oh. Was ist das denn für ein alter Pro hier? Oh, oh. Ey, ey, wieso kann ich denn... Oh, jetzt haben wir... Oh Gott. Sag, Digga. Pups. Hä? Der hält mehr als ein Pfeil aus. Was ist denn da los? So, jetzt hab ich ihn erwischt. Du bist nur der Shredder, Digga. Ja, der Shredder schießt auch... Alter Schwede. Schießt auch mehr Pfeile ab. Ein richtig krasses Battle hier gerade. Ach. Ich hab dich... Im Augenwinkel hab ich noch gesehen, wie du einfach zersplaschst. Oh, alle... Jawoll. So, Leute. Oh. Oh, hier sind einfach fünf Leute, ey. Wui. Sag, den erwisch ich. Pups. Oh, oh. Boah, ich komm da raus. Das weiß ich gar nicht. Ach, komm. Also irgendwie... Ach, jetzt weiß ich das. Da komm ich Legs, glaub ich, ey. Das sind ganz dicke Legs. Jetzt weiß ich auch, was der Shredder kann. Je länger ich gedrückt halte, umso mehr Pfeile verschieße ich. Was aber eigentlich eher der dicke Nachteil ist, weil die einfach so unpräzise kommen. Okay. Und es ist hier das Ziel vermutlich, so viel wie möglich von der gegnerischen Base einzunehmen, oder? Ja, genau. Und die, die dann komplett alles eingenommen haben, die sind dann eben die Turf Kings. Okay, ach komm. Uns steht's zum Beispiel gerade nicht sonderlich gut. Ne, also das sieht auf jeden Fall... Jetzt grad nochmal Building-Phase. Überlege auch schon auf die zum anderen Team zu wechseln. Ach so. Ja, ist nie verkehrt. Genau. Winning-Team-Joiner, so. Ja, genau. Das war ein paar Looten. Garantiert früher, ey. Hahahaha. Hier, schnell, 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 schnell. Oh. Ey, die... Oh, what? Der hat... Nein, oh, was... Ja, voll... Ja, voll... Ja, voll... Oh Gott, Alter. Es war ein Problem. Ja, der kam einfach mal ganz... Ganz... Reingesteppt, ey. Ey, wieso werde ich denn immer so weggekickt? Das... Erklär mir das mal bitte einer. Ah, ich auch. Wir hatten da plötzlich so einen Star-Wars-Machtstoß, ey. Auch wieder für ein paar Gems gekauft, ne? Nee, nee, das passiert glaube ich immer. Bitte? Naja, nix mehr. Wenn wir Grund verlieren... Ja, genau. Und jeder noch auf der blauen Dingensseite darf man eben nicht draufbleiben. Lex, Lex, Lex. Mit so einem Team kann ich nicht arbeiten. Oh, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir das... Oh nein. Die kriecht aber auch alle nicht richtig rüber. Ach, komm jetzt. Ich brauche auch so einen Schwerz, Junge. Ah, verdammt. Komm, ey. Diese rechte Seite darf man einfach nicht rausgehen. Oh, der kriegt richtig auch den Kopf. Komm, nochmal. Zwei weggeholt. Dritten weggeholt. Alter, das ist ja... Die pleite rechte Seite gerade. Ach, komm, ey. Ich bin einfach gesplasht. Was ist er denn hier, Alter? Sie ist halt... Oh, das wird einfach eine Aufholjagd jetzt. Einfach eine... Chilled. Hey, das ist Shredder-Shananigans. Oh, da kommt er wieder. Da ist Zorro. Alter, yes. Hup. Da oben. Na, komm. Ach, das ist doch hier wieder... Na, du da oben. Ach, das... Jetzt komm mal her, hier. Na. Ach, verdammt, ey. Ach, komm her jetzt. Was ist bei dir? Was ist bei dir? Was ist bei dir im Head-Innen, Alter? Oh nein! Was macht ihr eigentlich? Wie... Wieso... Bruncht ihr hier hinten? Oder was macht ihr? Ja, wir... Wir haben so ein kleines Senioren-Martiné gerade. Mit einer kleinen Filmvorstellung. Das ist ganz lustig. Was? Ich hab ja keine Pfeile, oder? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Back in business, digga. Back in business, digga. Back in business. Los geht's, los geht's. Lil Wayne Felder angemacht. Los geht's! Los geht's! So. Ich mach' das zu für euch. Ich baue einfach mal den ganzen Leute gerade ein. My Ice Kite, so. Richtig gut, ey. Hä? Oh, das war doch hier gerade mega verarscht. Hab ich das gesehen? Äh... Jetzt halt... Ja, was? Lil Wayne, Alter. Yo! Was ist denn? Hab ich so ne schlechte Connection, oder was? Ja, gerade. Aber nur bei dem Yo. Aber richtig wie Lil Wayne, Mann. Ich glaub, das lass ich nochmal abspielen, weil's so herrlich war. Den musst du dir schnappen, Paluten. Sieht an dir jetzt. Ja, egal. Ich klopp den einfach. Der gab... Pam, der gab... Pam. Ja, was willst du denn? Gegeben? Nee, hab ich nicht. Aber er ist auch gut. Das wird immer so da zurückgeportet werden. Ja, das... Ah, okay. Man wird zurückgeportet, weil man nicht... Ah, okay. Das wäre natürlich... Die Information wäre natürlich vor 10 Minuten richtig sinnvoll gewesen. Hab ich doch gesagt. Tu mir leid. Ja, ich höre dir doch nicht zu. Ich muss ja auch irgendwie das Unwichtige vom Wichtigen ausfiltern, weißt du. So. So werde ich ihn wieder behandeln, weißt du. Pflück sie richtig abgerade, Mann. Ja, ich krieg hier nichts gebacken. Ich hasse diesen Shredder. Ich möchte gerne wechseln. Ah! Ah, nein! Oh, ich bin selber runtergefallen. Ich bin im Pfosten. Aber hä, wieso hängt der da so? Ich erwisch die einmal, aber ich krieg irgendwie... Die sind doch normalerweise mit einem Hit so gut wie down, oder nicht? Oh, mit einem Hit sind die down bei mir, ja? Ja, toll. Ich muss irgendwie... Der Shredder... Also, tut mir leid, Leute. Wenn ihr irgendwie mal Turf Wars spielt, nehmt auf gar keinen Fall den Shredder. Der lohnt sich nicht wirklich. Oh, schon wieder ein Lava gefallen, ey. Ja, jetzt hab ich's aber gerade... Gerade irgendwie ist das gut, ey. Haben wir verloren? Nein! Ne, ja, ey. Trotzdem, hat doch trotzdem Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Der Spielmodus, den fand ich sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall. Er hat mir gut gefallen. Ich fand ihn richtig klasse. Danke. Certifiziert von Bergmann Ork. So. Kommt ein Recall? Ne, Recall auf keinen Fall. Kommt der? Ne. Also, beim Supertalent hätte ich ihm vielleicht das Sternchen gegeben, damit er direkt ins Finale kommt. Aber Recall... Das goldene Sternchen ist das doch, oder? Ich guck das doch nicht, ey. Sorry, ich hab keinen Fernseher, Mann. Oh, guck das nicht. Ja, weil ich intelligent bin. Weil ich Intelligenz-Quotient, Alter. Weil ich hab ein Hirnsynapsen. Alter, da kann nackt mich mal hier nicht so an. Ne. Ahhhh. What? So. So, Bacon Brawl, Leute. Bacon Brawl, wisst ihr, wir sind alles kleine Schweinchen und, äh... Oh, ja. Die müssen uns einfach nur prügeln. Also, ich glaub, mehr ist das nicht. Okay. Klingt einfach. Sehr genau. Okay. Hier ist das kleine Bergmannsschweinchen. Das sieht auch schon so... Oh, ein Bergmann springt gleich in die Lava. Ey, ich hol mir jetzt dein Bacon. Ey, ey, das kann doch nicht angehen. Wer kickt mich hier schon wieder so kackendreist weg, ey. Paluten, komm mal her. Ich schwöre dir. Guck mal, tut mir leid, weißt du, in irgendeiner Weise muss ich mir ja Gehör... Oh, Gehör verschaffen, weißt du? Und wenn das hier einfach... Das ist unglaublich. Äh, oinko. Alter, da seh ich doch schon wieder dieses... Nein, ich bin tot! Ich bin tot! Hehehe. Nein, ich auch! Wo ist denn der Bergmann? Bergschwein. Bergmann liefert sich hier gerade... ...ein hartes Paddle, Alter, wirklich. Ich, äh, ne, Schweinchen Babe und sowas, ey. Das ist ein bisschen Babe, ey. Oh Gott, ey, das war aber gerade... Das war kurz spannend jetzt. Kurz, kurz spannend geworden, auf jeden Fall. Es hat kurz ein wenig gezwickt. Kurz ein wenig gezwickt. So. Wie das aussieht, Alter, wie dieses Schwein da immer auf den Boden stampft. Pass mal auf, ey, jetzt kommt nämlich Papa, Alter. Und jetzt rastet... Ich sag dir, ich mach die Runde hier. Ich mach die Runde. Einfach, ähm... Weil du es kannst. Guck, das kleine Schwein bleibt ja einfach stehen. Was ich mich immer frage ist, wie kommen die Leute auf so'n Spielmodus so? Und dann Bacon Brawl. Ja, wir machen einfach so'n Spielmodus mit Schweinen. Die verprügeln sich. Ja, wobei, man muss ja auch sagen, hast du jemals jedes einzelne Mario Party Spiel gespielt? Äh, nicht... Nicht jedes, ne. Wer weiß. Weil es gibt ja garantiert etwas, wo... Du könntest ja vom Ding her einfach sagen. Es gab bei Mario Party immer diesen Spielmodus, wo man zusammen auf einer Plattform war und man musste sich runterkicken. Ja. Und da haben sie sich gedacht, wie machen wir das in Minecraft? Ja, gut, machen wir das einfach hier so. Und wir sind Schweine. Ganz einfach. Und nennst Bacon Brawl. Genau. Bacon ist allgemein so das Wort, das beliebteste Wort, glaube ich... Nein! Nooo! Weißt du, nicht mal besiegt von irgendjemandem. Nicht mal erschlagen, sondern so ganz beschämend einfach in die Lava reingefallen, nicht? Du hast eben gesagt, Ladies first. Ich salutiere vor euch und springe in die Lava. Wieso ist das denn? Ey, der Kleine sieht das richtig gut. Das ist so ein Minischweinchen. Ja, der steht einfach nur die ganze Zeit in der Ecke hier. Oh, guck mal, der sitzt da oben, Alter. Butterman. Einer, der fliegt auch immer hier. Dieser Minecraft-Minecraft-Niedetyp, Alter. Der fliegt hier von... Guck mal, wir ziehen hier rein. Er schwebt. Jo, was... Jo, alles klar, Mann. Ja, aber er ist halt so mega, mega dabei, Alter. Ja. Aber Butterman, Butterman hat es mir richtig angetan. So ein schönes Schweinchen eingerieben mit Butter, Alter. Jetzt schön die Lava reingetunkt, ey. Oh, Bader-Schweinchen am Spiel. Genau. Bader-Schwein. Bader-Schwein. Ja gut, dann sterb doch mal jetzt. Die Kämpfe ist schon ein bisschen lang. Bader-Schwein. Sweet, Leute. Guck mal, die sieht auch ein bisschen aus, als würden die kuscheln oder so. Ja. Ja, kuscheln. Ja, 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 ja. So ist lässig. So ist lässig. Kuscheln, ja. Wollen wir noch ein Spiel mal, äh, spielen wir uns danach machen, Johan? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wenn die jetzt mal knuddelt haben. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Lass uns die loben, du. Zum Stimmung bitte nur immer in den Rauch. Du könntest ja noch mal ein bisschen Arnold Schwarzenegger nachmachen. Das war das letzte Mal wirklich gut. Nee, das geht nicht auf Kommand. Ich bin kein Klammeräffchen, mein lieber Paluten. Kein Klammeräffchen? Kein Klammeräffchen. Diese Klammeräffchen sind dafür berühmt, irgendwie Stimmen nachzumachen? Oder wie meinst du das? Nee. Also du meinst wie ein Äffchen, was man sagen kann, was man machen soll? Ja, das dich umklammert. Ja. Weil man weiß ja, dass Klammeräffchen, die tun ja alles dafür, damit sie klammern dürfen. Ah, okay. Du bist einfach nicht klug genug, Paluten. Du musst aufpassen mit deinen Aussagen, weißt du? Wenn du versuchst mir Paroli zu bieten, dann muss das auch gut durchdacht sein, mein lieber Freund. So, ähm. Jetzt, oh, das sieht aus nach so einem Wasserski-Rennen, oder was? Ah, nee, du kriegst schon so fast echt. Das ist ein richtig cooler Spiel, Moos. Da tauchst du nachher unter Wasser und dann wird sie richtig gebattelt grad wieder. Mit Rechtsklick kannst du schießen. Aber du musst halt so, mit Shift tauchst du glaube ich nach unten. Ja, nee, damit kriegst du immer so einen Boost. Oder du kriegst so einen Boost, genau. Shift ist so ein Boost. Okay, und unter Wasser? Unter Wasser tauchen. Du bist nachher so ein Squid. Und mit Rechtsklick einfach schießen. Dann kannst du einfach richtig rumsquitten. Und unter Wasser gehe ich automatisch? Ja, ja, klar. Also dann musst du einfach tauchen, ne? Ja, klar. 40 Sekunden haben wir jetzt hier noch. Ja, können wir ja zur Not ja schneiden. Oder Paluten erzählen noch irgendeine lustige Story. Nö, ach, das muss man doch jetzt nicht schneiden. Ich kann gerne eine richtig lustige Story erzählen. Mach mal. Ich bin gespannt. Jetzt müssen wir gar nicht gehen. Lieber nicht, lieber nicht. Komm, wir setzen uns vor dich. Erzählt uns genau. Okay. Papa Paluten erzähl. Also, nein. Nein, nein, nein. Das wäre was. Da rennt er weg, guck mal. Da rennt er weg, ey. Oh mein Gott. Ich stehe weg. Köpp mich mal, Leute. Ab nach Mexico. Ei, 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 ei. Wir können sich ja mal so die Skins hier angucken. Das finde ich auch mal so lustig. Guck mal, hier haben uns wieder so ein Ungeheuer. Freut ihr euch auf den zweiten Machete? Guck mal, schon vorbei. Machete? Machete! VerschINGS? Machete. Machete, machete. Machete schreibt keine SMS, alter. Den, äh, ersten Teil fand ich wirklich gut. Der zweite sieht so ein bisschen billig aus. Sein der Erste ist professionell aus? Wollte ich gerade sagen. Ja, das war Hollywood vom feinst, das war ein Blockbuster. Hat er nicht 200 Millionen gekostet? 200 000 Millionen, alter. Dafür das Handy. Ich schieße irgendwie noch gar nicht. Rechtsklick, rechtsklick. Dauert ein bisschen, immer. 이스 Import. Ach, verdammt. Hä, wie dauert ein bisschen? Er müsste auch irgendwas rauskommen, zumindest. Einfach rechts klingt. Ja, da kommen so kleine, kleine Raketen. Da musst du doch irgendwas rausschießen, Mann. Da musst du doch irgendwas rausschießen. Ja, that's what she said, ey. Da musst du doch irgendwas rausschießen. Ich glaube, ich habe ja nicht was... Nee, sorry, ey. Bei mir schießt hier nichts raus, ey. So eine kleine, rote Rakete. Bei mir schießt keine Rakete raus, ey. So irgendeine komisch weiße, flüssige... Offenbar blute ich. Ich scheine zu bluten. Bei mir schießt hier... Achso, ich bin gar nicht auf der Axt, Mann. Leck mich, Alter. Leck mich. Oh, das müsst ihr mir doch sagen. Ihr lügt mir hier ein vorm Herren, ey. Tut mir leid, ich dachte, du kennst dich so ein bisschen aus mit Minecraft. Ich achte doch darauf nicht. Ich dachte, es ist einfach Plug and Play, Alter. Weißt du, kein Problem für Bergmann. Du bist Plug and Play, Eisgarten. Ah, nee, ey. Hey, wieso treffe ich den denn nicht? Oh, Mann. Hallo, kann das jetzt mal hier... Hä? Ich sterbe die ganze Zeit nur noch. Ich rieche Lug und Trug. Irgendwann stimmt hier nicht. Mein Problem ist gerade, ich bin gerade ganz... Ich glaube, ich blute. Ich glaube, irgendwas mache ich hier nicht richtig. So, komm schon. Alles rauf da, alles rauf, alles kein Problem. Komm mal hier, einfach jetzt schnell weg hier. Und dann zack, hier nochmal rein. Komm schon, das ist alles gut. Ja, ganz cool, alles cool, alles cool, alles cool. Ja, das noch einmal am Stand. Läuft die Zeit wieder, oder was ist das für ein Ticker hier? Der erste mit 20 Kills gewinnt, glaube ich. Ja, Paluten macht er das, Alter. Ja, natürlich, kein Ding. Das war wieder... Hätte ich hier am Anfang, weißt du... Oh, verdammt. Aber der eine... Dann hättest du hier aber wieder aufgeräumt, bis zum Geht. Jawohl, da wieder World's Princess Splash, der alte Squid. Ja, und nochmal. Ja, komm, jetzt kann er nicht... Paluten... Mach Spawnkill, mach Spawnkill. Spawnkill mit am meisten Spaß. Was ist das denn, Junge, da ist der Junge? Das Beste kommt zum Schloss, Digger. Ja. Ah, ey, was ne Runde. Ich würde ja gerne noch einen dranhängen. Was ist Jungle Pools? Nur mal so rein Interesse, ein Shooter? Nee. Ist jetzt Snake, was wir nochmal am Ende bringen würden? Nee, jetzt kommt... Achso, okay. Ja. Ja, dann machen wir... Oh, Snake noch schnell eine Runde. Kein Problem. Aber wir müssen natürlich wieder eine Minute warten hier, ne? Nee, 20 Sekunden. Achso, wie geht's dir so gut 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 so nicht schon. Aber wo fährt denn hier der Bus? Ähm, das war wahr. Wo ich den hier der Ostbahnhof? Kommt der Reigns Splash mit seinem Schnäuzer. Entschuldigen Sie, wo ist denn hier der Ostbahnhof? So Leute, jetzt mal wären keine Gefangenen gemacht, das sag ich euch, ey. Ich bin die Super Snake. Warte, diese Musik hier, die ist so schrecklich. Ich fühle, dass das Nokia 33 10 oder sowas oder 32. Also, ich fängeln 32 an. Oh, ich bin tot. Kranjoff. Egal, ich hab die letzte, also hier die davor gewonnen, aber das ist alles Tudi, Tudi. Ah, alles. Gar nicht. Ich bin tot. Nein. So, wo ist der Berksman Express? Da, da, gelb. Er ist gelb. Gelb? Okay. Er hat schon einen richtig, richtig geknödelt, ja? Oh, den einen hat er geschickt. Ja. Oh, das war richtig krass. Ey, ich hätte schwören können, dass ihr euch berührt habt. Ja, hätte ich auch gesagt. Aber Fell an Fell. Ja, das Ding ist einfach, dass ich hier Pro-Gamer bin. Und dementsprechend... Er rennt auch einfach so ein bisschen vor der Herde, weißt? Er lässt da mal so ganz, ganz schnell bei mir. Er hat mal so 18 Schafe zu seinem Platz, zu seinem letzten Schaf. Er ist jetzt so der Anführer-Typ. Oh, den nächsten Splash. Jetzt wird's spannend. Ja, jetzt läuft's gleich in dich selber rein. Oh, oh. Nee, der dreht ab. Die Musik auch dazu, herrlich. Oh, ich glaub, das war's. Ach, papalapap. Wie ein Tänzer, wie ein Tänzer. Oh, oh, oh. Alter Schwede, Jungs. Was ist los, ey, was ist los? Stimmt, bei dem einen brennt einfach alles. Die Herde brennt. Oh, 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 oh. Fuck. Naja, komm, aber zweiter was los. Das war grandios, grandios. Das war ein vorzüglicher Spaß. Ich bedanke mich bei Paluten und Sturmwaffel für diese geradezu hervorragende Runde Minecraft Minigames auf Mineplex.com. Wenn es euch gefallen hat, schaut auf jeden Fall auch bei den Compagnons vorbei. Die Kanäle findet ihr wie immer unten verlinkt. Und ansonsten überlasse ich euch wie immer das letzte Wort, ihr Kleinsplasher. Kleinsplasher. Ja, mir hat das natürlich auch wieder sehr viel Spaß gemacht, nicht? Also, ich übergebe das Wort an Gottschenberger und sage bis zum nächsten Mal. Und die beiden Compagnons mit den sympathischen Stimmen. Der Viper... Keine Ahnung. Tschüss Paluten! Ja, also ich fand's mega kacke, so. Und die beiden sind bei mir definitiv nicht verlinkt, so. Und haut rein, Leute. Nein, ist natürlich auch... Hat viel, viel Spaß gemacht und die beiden sind natürlich auch hier unten und so. Und dann, ja, war's das für heute. Haut rein! Tschüss, alle Runds.